Oh, mein Baby! Guck mal her! Junior! Junior! Komm wieder zurück! Äh... Ja. Und? Wie sieht dein Plan jetzt aus? Lass mich doch mal überlegen! Oh! 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 Du darfst nichts anfassen! Oh nein! 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 Haha! Gut gemacht, Junior! Ganz große Klasse! Oh! Er hat so viel Spaß! Zu viel Spaß! Magie, Mago! Magie, Mago! Magie, Mago! Magie, Mago! Bitte, Junior! Dein Daddy muss einen Honigdachstibitzen! Okay. Ich weiß, dass Lenny nachts hier im Büro ist. Und wenn mich die Erinnerung nicht drückt, muss irgendwo hier ein versteckter Schalter sein. Ah! Ja! Haha! Haha! Ich jag ihm die hier rein! Und wenn er K.O. ist, machen wir den Käfig auf! Der pelzige Teufel wird schlafen wie ein Baby, wenn... Ach! Ah! Ich lebe! Ahh! Er ist nicht auf... Ah! 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 Hey! Was machen wir denn jetzt? Nein! Oh nein, ich habe unseren Kuh versaut. Was? Wer fragt es? Eindringlinge! 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 Was? Was? Komm schon, wir müssen los! Eindrückliche, mit dieser Direktorin läuft so was nicht! Los, los, los! Damit kommt der Lichter Frank! Macht euch gefasst auf den Traum von übel schlecht! Inlauslacke! Oh nein, oh nein! Stopp, stopp, stopp! Ach, du Sande! Kommt gefährlich zurück! Ich will meinen Lenny! Wie kommen wir von hier weg? Mir nach! Einsteigen! Komm schon, komm, komm! Komm, komm, komm! Ist er freundlich! Komm, komm, komm! Untertitelung des ZDF für funk, 2017